hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die jagen handticket und heute habe ich das spiel farm will 3 animates viel spaß und da sind wir wieder aber mhm facebook am main ja spielarten gibt bestätig ok alles groß Ver-de-du-gen. Ver-de-du-gen. Ja, jetzt müssen wir mal kurz warten. Dadam, dadam, dadam. So, jetzt geht's aber los. Ja, genau. Äh, nochmal kurz gucken hier. Keine Nachricht, gut. Ja. Und, äh, äh, da war doch ein roter Punkt, oder nicht? Ne? Zubi, danke. Gleich zu nehmen, was ist das da? Milch hab ich nicht. Freunde, fünf, fünf Freunde, ich hab Freunde hier. Das ist mal was ganz Neues. Freunde. Ihr andern Freunde kriegt leider nichts. Dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Essen. Eins. Oh. Oh. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Ich habe einen Diamant. Ich brauche 50. Ja, dann. Oh, ich kriege ein neues Held. Da muss der Feuer weichen. Ähm, was muss ich einpflanzen? Was soll ich da oben? Karotte. So, sieht gut aus oder? Weihnachten ist doch nicht ganz. Da dauert noch ein paar Jahre. Oh. 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 Krieg ich die auch noch weg? Ja. Jetzt kann ich dieses Jahr nicht nach da oben hinsetzen. Ah. Nochmal. Ach. Oh. Das geht gerade nicht. Dann muss ich das. So. Okay. Und so. Oh. Ich habe nur noch vier. Ja. Ach. Ich habe nur noch elf. Ach. Oh. Das war's für heute. Hmm. Hab ich schon. Ah, Sandblume. Ich mach hier auch noch das Falsche da rein. So, so, so. Fick mir Sojabohnen. Okay. Das ist das Lager. Okay. Noch eine Minute. Okay. Hier ist ein Paket. Hm. Kleine Tierkiste. Das ist 20 Diamanten. Hab ich schon nicht. Ich kann nichts fertig machen. Hm. 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 Ich glaube, das war's schon. Ich hoffe gar nicht viel gemacht. Hab ich das Ticket schon? Nein. 30 Minuten. Hm. 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 Pudi. Hm. Was mach ich denn jetzt noch? Ich kann nichts machen. Na gut. Gut. Ich denke mal, das war's. Ich denke mal, das Ticket ist bestimmt auch fertig. Na. Die Glocke ist weg für die Nachrichten. Ja. Dann ist Alva fertig , tanto für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal bei dir seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschindudü.